Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ich hoffe mal wir fahren jetzt nicht um die Einbahnstraße. Wir müssen jetzt, also wir müssen jetzt umgehen. Oh, ich wollte das Ding eigentlich verlassen und nicht voll kann gegen die Wand setzen. Die, ähm, Beruhigungsmittelprojektion, Produktion, nicht Projektion, stoppen. Und dazu... Ja, müssen wir genau hier hin. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Oh ja, und scheinbar bin ich nicht der Einzige. Das verkompliziert die Sache. Komm ab nach da oben. Aber... Ne, Messer können wir auch nehmen. Um einfacher reinzukommen. Ich guck mal, was hier um die Ecke ist. Ja, es sieht hier... Ganz eindeutig nach so nem Weg aus. Allerdings kommt man hier nicht rein. Boah. Ich dachte wir hätten hier so viele Wege wie man reinkommen könnte oder so. Ist es scheinbar nicht so. Naja, laufen wir eben hier hoch drauf. Und nehmen jetzt ein schönes Messer. Und... Und... Machen. Oh. Was für ein Wegtal-System. Das... ist jetzt tatsächlich... ein... Fehler. Gewesen! So. Das war ein Fehler. Ein großer Fehler. Ich wollte eigentlich ein... ein Aztat auf die Verlösen. Ein Aztat auf die Verlösen. Ja. Ja. Qué... Was? Wow. Ich werde dir nicht nur mit. Oh. Ja. Ja. Ja, in der da in die Angst. Ja. 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 Oh. Die Angst. Ja. Oh. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Das wäre die Chance. Hast du jetzt Angst? Er kann es nicht mit uns aufmachen. So macht man das. Alle umbringen. Na? Vielleicht noch ein paar Wurfmesser. Ein Wurfmesser. Oh, wie schön. Das sieht aber auch nicht gesund aus, ne? Öffnen. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen... Bleibt wachsam. Schnell, rein da. Das war fast schon zu knapp. Oh ja. Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Sehen Sie sich das an? Das sind ordentlich was an Fässern. Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ich kenne größere. Aber doch schon beeindruckend. Datura stramonium, oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein? Und Opium ebenso. Empörend, außerordentlich, ekelerregend. Der richtige Schritt, um fortzufahren. Stimmen Sie mir zu? Oh je. Finden Sie einen Weg hier raus. Beeilung! Und die anderen Ventile? Dreimal dürfen Sie raten. Nun gut, junger Mann. Okay. Ventile. Sabotieren. Sabotieren. Ich sollte nicht zu nah daran bleiben. Ah, da. Nein! Ich wollte doch einfach nur... auf diesen scheiß... Ding gehen. Ab nach oben. Hier hoch. Noch eine höher. Hey! Also... Wie du manchmal hier rumreinst, das gefällt mir überhaupt nie. Jacob. Dann lasst du mir noch nie. Erst ein Eintritt rein! Du schlägst mir einen anderen Ton an, wenn ich mit dir fertig bin. Dann lasst du mir nicht in die Quere. Du schlägst mir nicht in die Quere. Du schlägst mir nicht in die Quere. Zu Ende. Und wir gehen fast zurück. Er kommt hier nicht in einem Stück raus. Ey! Das gibt es doch nicht. Habe ich es jetzt ernsthaft nicht geschafft, diesen scheiß Typen da umzubringen. Naja. Naja. Gut, gut. Das Ding ist sabotierend. Du bist tot! Halt! Ah, was ist los? Halt von dir! Verdammte Zeitverschwendung ist das! Halt von jetzt was zu tun! Glaube! Ach, noch eins. Hier ist einer eingedrungen! Täumen. Äh, sabotieren. So fahrt alle Mann raus hier! Einer muss sich um ihn kümmern! Ich habe freie Sicht auf ihn! Nicht so schnell, du musst dir doch wehen! Raus hier! Oh. Er sieht schon ganz gut aus. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry. Die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Hm. Ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Hm. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Gut, gut. Jeden im Gebäude mit dem Gas töten. Okay, ich habe ein paar selber getötet. Das ist natürlich nicht das, was man wollte, ne? So. Wo ist denn jetzt hier die Anstalt? Wo wir hin müssen? Hm? Ah, da kommt sie. Sequenz 4. Gut. Ja, wir sind da vorne. Und ich würde sagen wir machen vorher den Aussichtspunkt und hören danach auf und machen das nächste in der nächsten Folge. Klingt, finde ich, ganz gut. So, aber erstmal holen wir uns noch die Kiste, die hier rumliegt. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo sie ist. da ist sie doch. Ah. Hier hoch. Andere Seite. Und hoch können wir nicht mit dem Interhaken-Seil. So. Ja, hier müssen wir hoch. Zack. 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 Jetzt sind wir richtig. Guck mal, was wir... Hä? Wo war die Tour? Da ist die Tour. Puh. Die Tour holen wir auch noch. Und dann haben wir unsere paar Minuten voll. Dann reicht es für heute. Zack. Leder 716. Haben wir... Können wir was Neues machen? Ähm. Puh, Puh, Puh. Benötigen Level 3. Ich habe noch immer kein Level 3. Gürtel. Sie benötigen Level 3. Monturen. Zack. So. Abend. Nein. Nein. Gut. Gang Upgrades. Rookfahrer. Hm. Speer. Wir nutzen hier. Schrappen. Viele weitere hängende Fässer erscheinen in der Stadt. Schießen sie auf die Fässer, um sie auf ahnungslose Gegner herabfallen zu lassen. Ist ja schon genial. Mal. Ich denke schnell. Äh. Also. Herstellung. Ah, das Ding kann ich jetzt herstellen. Und das. Und das Ding. Oh. Die Kursung des Alten. Ah, Mist. Sie benötigen Level 5. Super. Ja, okay. Aber damit würde ich sagen. Wir hören für heute auf. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.